Komm hier aus, lass losgehen. Stark! Liebes Tagebuch, heute ist ein schöner Tag. Die Sonne scheint, es ist warm und ein Wind weht. Die ersten Blätter sind schon vom Baum gefallen. Irgendwie kündigt sich wohl der Herbst schon an. Wenn ich ein Blatt wäre, würde ich um die ganze Welt fliegen. Manchmal wünsche ich mir, dass ich wirklich fliegen kann. Ah! Das macht Spaß! Boah! Was glaubst du, wohin wir fliegen? Ist das nicht egal? Wir sind frei! Das Leben ist so schön! Mach dir keine Sorgen! Da bin ich anderer Meinung. Manchmal gibt es Sturm und das ist gar nicht gut. Da muss man aufpassen, dass man nicht weggefegt wird. Irgendwohin, wo man gar nicht sein möchte. Da wünsche ich mir, ganz hoch oben zu fliegen. Hm. Wie meinst du das? Derger Die horchsteil ist stimm ich. Wie Liebes Tagbuch, ich denke so gern an den schönen Tag im August zurück. Das war genau vor sechs Monaten. Und jetzt? Nichts ist mehr, wie es damals war. Es scheint keine Sonne und der Sommerwind. Draußen ist Sturm, denn es ist Krieg. Es ist hier dunkel und ich habe Angst. Hier will ich eigentlich nicht sein. Ich muss auch an das alte Blatt denken. Ich glaube, jetzt habe ich verstanden, was es gemeint hat. Vielleicht kann ich es eines Tages sehen, was aus dem alten Blatt dort ganz hoch oben geworden ist. Vielleicht. Im Moment wünsche ich mir nur eins. Dass der Krieg aufhört. Wie geht es aufhört. Untertitelung des ZDF, 2020